In Frankreich haben wir kein Recht mehr, mit etwa Religionen, die gegen uns sind. Und ganz herrlich verstehen Deutschland, Österreich nicht als Österreich. Als Volksdeutsche, verstehe ich gar nichts über Deutschland heute. Wo ist die Stolzheit unserer Vorfahren? Wo? Wo sind die Grenzen? Wo sind die Zöllner? Wo sind die Zollbeamte? Wo sind die Zolleamte? Wo sind die Zolleamte? Wo sind die Zolleamte? Wo sind die Zolleamte? ist kein Land und wenn etwa Leute, die gegen uns sind, dann gibt es Krieg. Und wo Krieg ist, gibt es Tod. Das will ich nicht für meinen Kindern. So, heute Deutschland, Österreich, Schweiz, mach was du sollst.